Fair 1 Freundschaftsspiel Arsenal London gegen Florenz. Arsenal gewinnt das Spiel 3 zu 0, 1 zu 0 in der 15. Minute durch Niki Tia, 2 zu 0 durch Niki Tia in der 65. und in der 89. Willock zum 3 zu 0. Verdient würde ich es nicht nennen, also natürlich wer die Tore macht, der gewinnt verdient, muss man so zusagen. Aber statistisch gesehen hat der Arsenal nur 12 Schüsse, Florenz 18, Arsenal 5 aufs Tor, Florenz 8, 59% Ballbesitz für Arsenal, 41% für Florenz. Arsenal hatte ca. 200 Pässe mehr, hat eine höhere Passgenauigkeit, war dafür unfair, sie haben 14 mal gefoult, Florenz nur 5 mal, 3 gelbe für Arsenal, 2 für Florenz. Es ist zwar offiziell ein Turnier, aber das Turnier ist so irrelevant, dass ich das als Franchise-Spiel abstempele, aber in dieser Turnier-Statistik ist aktuell Arsenal auf Platz 1. Glückwunsch meinerseits.